Appel? Appel? Nach einer Weile, leiser noch, Appel. Er blinzelte, konnte aber niemanden sehen. Warum bist du weggegangen, Appel? Ist hier jemand? fragte er. Stell dich nicht an, Dummerchen. Wer ist da? Wer wohl, Appel? Er atmete wie erleichtert auf. Ach du, sagte er, was willst du? Lass mich schlafen. Ich war es aber doch, der schlief. Zu lange, das stimmt. Warum bist du gekommen? Schon vor einem halben Jahr war es zu spät. Schweigen. Schließlich, warum bist du gekommen? Schweigen. Dann, ich weiß nicht, ich will etwas verstehen. Mich? Ja. Kannst wieder abreißen dann. Warum denn? Weil du mich verstanden hast? Das ist kein Grund. Sondern? Schweigen. Dann, ich möchte dich sehen. Wozu? Nur noch einmal, bitte. Wann? Jetzt gleich, hier. Lachen. Du wirst es für einen Traum halten. Es ist ein Traum. Ist es nicht? Wie kann ich sicher sein? Gar nicht. Nie. Dann morgen. Wann? Ich weiß nicht, gleich früh. Lachen. Dummerchen. Wie denn? Wie jetzt? Das hat keinen Sinn. Wann sonst? Schweigen. Endlich. Wenn du nicht mehr an mich denkst. Schweigen. Ich möchte dich noch einmal küssen und... Und? Schweigen. Darauf. Zurückholen. Hierhin? Er fing zu weinen an. Ihr? Nein. Er fing zu weinen. Das hat keinen Sinn. Das hat nicht mehr an mich. Ich möchte nicht mehr an mich. Der, wenn du nicht mehr an mich in die Kuss, Das hat nicht mehr an mich. Ich möchte mich nicht mehr an mich. Vielen Dank.